Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück auf der, naja, wahrscheinlich weißen Insel. Oder wahrscheinlich auf der weißen Insel, so wär's richtig. Denn Spyro schien sich nicht sicher zu sein, ob er wirklich jetzt auf der weißen Insel ist, wo der Historiker ihn ja hingeschickt hat. Oder hinschicken wollte und wir haben hier nur noch ein Element zu erledigen, sag ich mal. Ja, und da wollen wir jetzt mal reinschauen und ich hoffe, es ist nicht so nervig wie die davor. Das wäre nicht sehr schön. Wir können hier mal wieder nur das Element Donner anwenden oder Elektro. Aha, da sehe ich schon den Scheiter, da ist Magie, wunderbar. Okay, es war Gedrücktheiten und zumindest so ähnlich. Moment. Genau, da ist schon mal eine Plattform. Na, fast. Na, schon wieder nur fast. Na toll. So, geht mal her. Sparks zeigt ja auch schon so schön dahin. Da. Jetzt ist das andere ausgegangen. Warte. Was sind das denn für Fika? Nein, 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 nein. Jetzt, oh, da muss man ja echt fix sein. Boah, nee, ey. Ja. Da muss man sich beeilen. So, jetzt schnell. Hallo. Ne. Geh weg. Kann man das doch gut machen? Ja. Super. Ich habe hier gerade kaum eine Sicht. So, schubs ihn mal da am besten rein oder gegen den anderen, dann geht das schon. So, und nochmal schubsen. Ich schubs gerne rum. So, dann. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich möchte, dass du da reinfällst, aber ich glaube, vorher habe ich ihn schon besiegt. Ich denke schon. Guck mal. Und da ist er schon down. Komm, du auch. Oh Gott. Nicht, dass ich da unten reingefallen wäre jetzt. Aua. Nein. Nein, lass mich doch mal bewegen, bitte. Da ist ein Federkähl. Den sehe ich doch. Dann müsste ich eigentlich nur da die Mauern kaputt machen. Ne, ich kann auch darauf stehen, ja. So, her damit. Sehr schön. Hier geht das Theater dann weiter. Okay. Da hinten ist ein Schalter. Hier vorne ist ein Schalter. Oh, hat ja gut geklappt. Ach, Spyro. Das ist echt... Wow. Das geht echt schnell runter. Dann muss ich gleich mal meine Drachenzeit anwenden, nicht wahr? Soweit reicht die Kugel nämlich gar nicht. So, okay. Komm schon. Komm schon. Wow. Wow. Ich hätte gedacht, ich schaffe es nicht mehr. Auf jeden Fall ist hier noch eine Kugel, die man aktivieren kann. Oh Mann, so viele Kugeln. So, immer spuckst du Feuer oder was? Da ist noch ein Federkähl. Ja, würdest du vielleicht mal treffen? Dann geht der wieder hoch. Okay. Und der da hinten? Mach den hoch. Okay. Oh Mann. Oh. Süß. Ja, komm. Mach kaputt. So. Voll daneben. Oh. Ja, den habe ich mal voll verkackt. Das braucht ein bisschen Feingefühl. Nee, der hat mich betroffen, ne? Wollte schon sagen. So. Yeah. Lebst du? Oh Gott. Ich wollte schon sagen, irgendwas habe ich doch gehört. Hat er mich voll verjagt jetzt. Muss hier nicht irgendwas hin oder hat das so seine Richtigkeit? Es hat wahrscheinlich so seine Richtigkeit. Na gut, gehen wir weiter. Hallo. Na? Na? Zup. Hihi. Nee, 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 nee. Brauchst du gar nicht mit anfangen. Oh, ich habe keine Magie mehr. Na. Nee, 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 nee. So. So. Nein. Ach, du bist ja schon fast tot. Hör auf. Lass das. Guten Tag. Ich bin die Nudel und möchte sie vernichten. Sehr schön. Jetzt haben wir uns beide gehauen. Gegenseitig. Auch schön, ne? Da, schon wieder. Was macht der denn? Aua. So, das möchte ich mir aber erst mal holen hier. So, schöne blaue Juwelen. Das gefällt mir. Hallo, bin da. Ich mag das. Aua. Jetzt tu dir doch nicht ständig weh dabei. Na. Bäh. Bzzzt. Geh kaputt. Geh kap... Da kommen sie. Von da oben. Uah. Drei Stück. Alles. Na. Geh kaputt. So, her mit der Kugel. Da rein. Dankeschön. So, jetzt du. Na. Böse. Wo ist der hin? Ach, da. Na, da lang. So, sehr schön. Jetzt bist du dran. Komm her. So, ich möchte aber, dass du da hinten hinfällst, wollte ich sagen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Komm mal her. Genau. Sehr brav. Weißt du was? Ich mag dich. Du bist brav. Na, Kugel, komm her. Da sollst du hin. Sieht gut aus. So, einmal hier. Bumm. Und da. Und zu guter Letzt hier. Habe ich hier irgendwas vergessen? Glaube nicht. Oh. Oh. Das Buch schließt sich einfach wieder. Wusste ich nicht. Ah, ja. Da bist du ja wieder. Es sind zwei. Okay. Ach, das wird ein Spaß. Weil ich gucke mich hier nochmal kurz um. Bevor wir hier... Ne? Ja, da macht das jetzt. Das ist nur ein Käferchen. Okay. Okay, okay, okay. Ich gucke kurz nochmal hier rein. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Kann eine Weile dauern, ne? Ah, da war er. Ey. Der ist böse. Tu es doch mal. Mach! Ich muss erst meine Drachenzeit wieder aufladen. Du rennst auch in die Richtung. Okay. Ach, komm schon, Spyro. Das ist nicht nett von dir. Ja, daneben kann er gut. So, komm. Oha. Der war fix. Ach, komm schon. Ich will hier nicht drei Jahre rumhängen, nur weil du deine Befehle nicht ausführst. Sparrow ist heute mal wieder zum Kotzen. So macht er es. So macht er es. Zack, zack. Wenn er am höchsten Punkt ist, oder? Nein. Da mache ich es so schnell. Okay, wenn er wieder langsam runter geht. Versuchen wir es mal so. Er kann ja nicht angehen. Er geht wieder runter und das scheint es zu sein. Hoffe ich zumindest. Na, das war zu spät. Das war zu spät. Wo ist er? Da. Ne, das war doof. So, komm her. Ne. Halt! Hier geblieben. Mist. Okay, dann komme ich mal von der anderen Seite. Ich bin froh, dass der andere nicht einfach wieder raus geht. Bam! So. Komm mal her. Na, fast. Aber es läuft. Es läuft besser. Der ist aber auch flink. Ich will dich dahin bringen, wo ich dich sehe. So. Genau. Da. Fast. Ich bin gespannt, was hier nach passieren wird. Nein! Jetzt hättest du ihn doch gekriegt. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das war zu spät. Das war zu spät. Komm schon. Ich bin doch heute lieb zu dir und benutze keine Schimpfwörter. Da ist mir aber auch echt der Geduldsfaden geplatzt. Ne, die Hutschnur platzt, ne? Nicht der Geduldsfaden. Die reißt nur. Die Geduldsfaden. Ja. Ich bin heute grammatikalisch voll korrekt, ey. Oh mein Gott. Ach ja. Die Geister. Stimmt. Hab ich fast verdrängt. Guck mal. Aua. Mach dir nix. Okay. Dann greife ich dich wieder von... Ups. Von hinten an. Aua. Bist du ihm gefallen? Aua. Okay. Keine Drachenzeit mehr. Hau ab. Schade, dass der Boden hier schon wieder rumbackt. Aber was willst du machen? Hi. Versuch's gar nicht. Versuch's erst gar nicht. Okay, ich hau ab. Huhu. Huhu. Oh, schon wieder hingefallen. Der Arme. Der tut mir so leid. Nicht. Hier, du. Aha. Guck mal. Versuch mich doch zu hauen. Oh, da fällt der schon wieder hin. Zack. Gleich bist du down. Gleich bist du down. So. Hätten wir das auch geschafft. Oh, ja, jetzt fighten. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020